Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Kugelblitz A, Silber von Funke. Ja, was haben wir hier drin? Wir haben hier Knatterbälle drin, 12 Gramm NEM. Pro Schachtel sind, ja, wie viele auch immer drin. Wir müssen mal reingucken. Ich hätte jetzt mal geschätzt 4 oder 6 pro Schachtel tatsächlich. Tatsächlich 6 Stück. Relativ lange Visco fällt auf jeden Fall schon mal auf, ob das jetzt einen Grund hat. Wir gucken mal rein. Jawoll, wie von Funke zu erwarten sind die innen drin nämlich mit Kühlchen. Das heißt, die könnten unter Umständen natürlich Funke-Qualität sicher richtig, richtig gut sein. Da bin ich jetzt tatsächlich echt gespannt. Ja, wir werden mal schauen, was sie so können. Zünden einfach mal so ein Schächtelchen oder so. Kugelblitz A, Silber von Funke. Viel Spaß! So, Funke, Kugelblitz A. Zweiten hinterher. Dritten noch. Die Teile sind echt Hammer. Hammergeil. Und noch einen letzten. Echt super Teile, definitiv. Die machen richtig Gaudi. Zitulник. Zitulink. 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 Bis zum nächsten Mal.